Weiß nicht, bin mir nicht so sicher. Da finde ich die 480 Meter Sichtweite dann doch ein bisschen besser. Scherze sagen. Hier haben wir den EBR und hier haben wir den EBR und das ist ein Offenheim. Na ja. Klopp, klopp. Das ist nicht mit dem Jakob, aber so meldet er sich ja nicht. Das können wir doch nicht machen mit mir. Sollte nicht sein. Sollte nicht sein. Oh. Oh. Hehehe. Putzgefahren. Hallo. Was mit dir? Glaubst du, ich fahr jetzt nochmal raus? Ich hab was zu sagen, das war ein verdammt schlechter Trade für dich, mein kleiner Freund. Oh mein Gott. Oh. Oh nein. Oh Gott. Oh. 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 Oh, oh. 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 Das war's. Die, 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 die. Der freudige Ronny, guck mal einen an, freudiger Ronny. Na gut. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen würde, in den Ersten. 462, geht jetzt drauf. Zwei, ich glaube, ich bin mir leid da. Ja, das ist bad. Ist das halt was schweig. Die Zoom steht auch schon da vorne. Ziemlich langweiliges Spiel. Ich kann noch nicht zeigen, was wir tun, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nichts, um das zu verbessern. Ich weiß nicht, dass ich die Zoom gegen den Z getroffen habe. Jetzt geht es los, jetzt sind wir gerade verloren. Schade. Ich bin doch nur ein kleiner Lund, das kann doch nichts machen. Ich weiß nicht, dass ich da was helfe. Ich weiß nicht, dass ich da was helfe. Ich weiß nicht, was es schweig ist. Das ist schweig. Hallo Das Problem ist, wenn die hier lang fahren, kriege ich es nicht mit D4 hat sich gewastet Komplett sogar Jetzt wird es 3 da rein Ich hätte schon nix Gold graden müssen Ich habe es 3 da geschossen und mir steht da jetzt keiner Ich habe es 3 da rein 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 Keiner von DVP Nein, auch nicht Das war aber wieder Bad RNG würde ich sagen Ich habe es 2 da rein Unterhalb Alpha gerollt Das ist dann halt praktisch Da ist einfach zu viel Waste in diesem Ich habe es 3 da rein Ich habe es 3 da rein Ja, jetzt kämpfe ich ja gegen die Sieben gleich, hm? Oh, nice! Hallo? Help? Oh, nein! Oh, nein! Ich hab mir fast einen eigenen erwischt gerade. Oh, nein! Artie, nicht das! Ich bin so inocent. Ich bin so inocent, Baby. Wir wissen ja eigentlich, wo alles ist. Ich bin so inocent. Ich bin so inocent. Ich bin so inocent. 166er B noch. Die F. Man schaut auf mich. Ich hab 124 noch. Die sagt die ganze Zeit, ich bin verstört. Ich hab jetzt nicht gedacht, das wird das gewinnen. Aber die haben sich ganz schön trottelig angestellt. Die sind bald. Lalalalalalalal. Bitte tun mir jetzt nie. Wickeln eine gewinnige B. Oh, der stammt da. Vielen Dank. Fuck you, fucking fuck, Klicker. Ace Tanker glaube ich nicht. Aber war trotzdem eine gute Runde. Dass wir das gewonnen haben. Lustig. Okay, ist doch Ace Tanker. Was haben wir denn? 1450 Base. Gut. Wir haben es ganz schön weggeworfen. Der EBR hat es perfekt gemacht. Der Skorpion auch. 5 Kilometer sind wir immer in Gefahr. Okay, so... Wo ist der EBR? Ja, gut. Wo ist der EBR? Wo ist der EBR? Das war's für heute.